Wenn es nicht geht, dann geht es auch nicht. Ich möchte das nicht. Wenn das nicht möglich ist, dann möchte ich nicht, dass es danach heißt, das haben wir wegen dir dann gemacht. Nein, dafür bin ich nicht da. Ich will mich auch nicht da benutzen lassen. Ich sage nur, dass ich glaube, dass es notwendig wäre, ein paar Spieler und zwar, ich habe ja schon ein paar Spieler gesagt, wo ich glaube, dass es okay wäre. Es geht hier nicht, dass ich Dinge verlangt, die gar nicht möglich sind. Da geht es vielleicht um relativ wenig mehr.